Musik Guten Abend miteinander. Heute reden wir von der BELDAM Pflegelinie. BELDAM Kosmetik bedeutet Spitzenqualität von bekannten Weltfirmen. Neu ist BELDAM Pflegekosmetik. Sie ist leicht und dezent parfümiert und gerade darum für die empfindliche Haut gut verträglich. Von der Gesichts- und Körperlotion bis zur Tages- und Nachtcreme. Sie sehen, BELDAM Kosmetik gibt Ihnen alle Sicherheit und das zu erstaunlich günstigen Preisen wie alles bei Coop. Wir haben heute einen ganz prominenten Gast bei uns im Coop-Mittwochstudio. Es ist Bernhard Russi. Er bringt jetzt vielleicht gerade Ihnen viel Glück im grossen Wettbewerb von Apollo Drink bei Coop. Zwei tolle Kreisler Horizont sind nämlich die beiden Hauptgewöhn. Hier haben wir einmal eine Frau oder Fräulein Herzig-Myrta aus der Bleienbach-Strasse 8 in Lotzwil. Und noch eine Frau oder eine Fräulein Chevalet-Louise-Rosier-Fierre in Lausanne. Wir gratulieren recht herzlich und danken allen für das Mitmachen. Und machen Sie es doch wieder Bernhard Russi. Nehmen Sie ein Getränk, das gesund ist. Apollo. Apollo Drink gibt es in allen 1400 Coop-Lädern. Und jetzt auf Wiedersehen miteinander. Bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Und vergessen Sie die Aktionen nicht, die jetzt gerade kommen. Apropos Aktionen. Haben Sie schon gehört von dieser lustigen Mitmach-Aktion? Daran denken, Gutzli schenken. Schauen Sie doch auf die Inserate in den Zeitungen. Bis zum nächsten Zistig gibt es bei Coop 1 Liter Sonnenblumenöl Dorina statt 4,65 nur 4,10. 1 Familienblock Rahmglassen Goldstar Vanille Erdbeer statt 2,60 nur für 2,10. 2 Deziliter Kaffeerahm im Glas statt 1,15 nur 95 Rappen. Und bei diesen Arnisjoggenen ist Tafeln 20 bis 30 Rappen günstiger. Alle die Aktionsangebote gibt es ab morgen in allen Coop-Lädern. Auf Wiedersehen.